So, meine Freunde, ich hab mal eine Frage. Wenn ich eine Festplattenscheibe ausgebaut habe, so wie diese hier, kann ich die später nochmal auslesen? Wenn ich jetzt hier so die Finger halte, oder wenn die noch auslesbar sei, wenn ich jetzt mit einem schönen, dicken Festplattenmagneten drauf rumrutsche. So ein richtig schönes, dickes Magnetending hier. Komm, stimmt den Dingen hier nicht zu nah. Kann ich danach die Festplatte, diese Scheibe, kann die irgendwann auch auslesen? Soweit erstmal diese Frage mit vielen Dank für eure Antworten schon mal.